Servus, Salve und Hallo. Da steht uns eine heftige Woche bevor, nächste Woche. Wir haben jede Menge Zahlen, Hauptversammlungen, Q1-Zahlen, Arbeitslosenzahlen. Das geht los am Montag mit Henkel. Das ist die HV. Dann haben wir am Dienstag Google und Microsoft. Am Mittwoch ist Deutsche Börse und MTU Quartals 1 und Metaverse. Und am Donnerstag BSF, Q1 und HV und Deutsche Bank, Q1 und Amazon. Und dazu kommen die Arbeitslosenzahlen aus Amerika. Da gucken die immer besonders drauf. Und am Freitag haben wir dann Daimler Q1-Zahlen. Also es wird heftig. Vor euch liegt der Monatschart. Und mir geht es um diesen Teilbereich hier. Das hier. Das ist für mich recht wichtig. Wir gelten als ziemlich heftiger Überkauf mit 96. Wir sind aber weiterhin noch positiv über das MACD. Auf Monatssicht. Von den Bändern habe ich keinen Widerstand jetzt hier. Keine irgendwie echte Aussage. Wir sind da drinnen ohne irgendwas, dass es dreht oder fällt oder macht oder tut. Auf Monatssicht ist da gar nichts. Aber wir sehen natürlich hier dieses Dach, das hochgeht bis 16.300. Der muss zusehen, dass er Land gewinnt. Gucken wir mal auf die Woche. Und nochmal schaut unten auf die Stochastik. Die ist genauso hoch. Das ist also sehr, sehr überspannt alles. Auch hier, oder andersrum, das hier ist die 15.670 als Support, den wir da neulich rausgenommen haben. Von den Bändern her nichts. MACD völlig neutral und wie gesagt Stochastik ziemlich überkauft. Das ist einfach dieser ganzen Bewegung hier geschuldet. Jetzt gehen wir auf den Tag. Der sieht nämlich gar nicht anders aus. Von den Bändern her ist beides nach oben gerichtet. Die sind völlig in Ordnung. Gleitende Durchschnitte völlig in Ordnung. Wir haben am Donnerstag mal Kontakt mit dem 10er-Gleitenden Durchschnitt aufgenommen. Am Freitag auch nochmal, aber drüber geschlossen. Stochastik auch. Ziemlich heftig überkauft. Da fehlt ein Dip, der mal so auf die 15.670 geht. Und dann wird zumindest die Woche fallen und Verkaufssignal geben und der Tag auch. Aber so weit ist es noch nicht. Ich finde halt, wir haben endlich mal zwei größere Kerzen gehabt. Ein bisschen mehr Volumen. Ich habe in der gesamten letzten Woche ein einziges Mal ein Dark Straight gemacht. Und in drei Aktien war ich mal dabei. Sonst ist mir hier echt nichts eingefallen. Und ich gucke da viel drauf. Aber ich habe nichts Sinnvolles gefunden. Bei SAP war ich auch nicht dabei. Das habe ich so nicht gesehen. Das ist also hier die erste Unterstützung. 15.670. Gefolgt von der 20-Tage-Linie, die weiterhin am Steigen begriffen ist. Und dann habe ich halt nach wie vor diese, wie ich es immer nenne, Soft Landing Area hier zwischen 15.270 und 15.300. Und hier haben wir auch noch das Gap. Das war ein bisschen höher. Das war bei 15.328. Das haben wir auch noch da. Irgendwann wird es mal geschlossen. Auch hier, mir gefällt das hier nicht. Oder andersrum, das verbaut für mich die Zuversicht, dass wir hier deutlicher drüber gehen. Aber der muss endlich Land gewinnen. Sonst verbraucht er sich hier. Hatte ich eben schon gesagt, sage ich auch gerne nochmal. Der verbraucht sich einfach hier. Der kratzt an der Tür und es wird ihm nicht aufgetan. Der muss endlich wenigstens mal die 16.000 rausnehmen. Wobei dann gleich dahinter das All-Time-High wartet. Also mich wird es schwierig. Idealerweise würde er nochmal Atem holen. Hier am liebsten in dem Bereich von 15.270. Und dann mal gucken, was er dann macht. Das wäre schöner. So verbraucht er sich zu sehr. Und dann schafft er die letzten Kilometer auf dem Marathon auch nicht mehr. Das ist nicht so schön. Diese Bewegung vom Freitag, da muss man jetzt hier auch mal drauf schauen. Das hat sich ja geändert. DAX 40. Das ist ein, wer bewegt den DAX, findet man auf finanzen.net. Finde ich eine schöne Sache. Und da waren allein 44 Punkten aufgrund von SAP. Die sind 6 Euro gestiegen und das macht 44 Punkte aus. Oder es sind 5,24%. Der ganze andere Rest, da ist eigentlich fast nichts passiert. Also ziemlich leblos, muss ich sagen. Deswegen, mir fällt hier auch von den Einzelwerten nicht allzu viel ein, was ich machen kann. Ich selbst habe kleine Positionen in Nordex, weil die waren jetzt auch an der 200-Tage-Linie. Was habe ich denn sonst noch? Immer mal wieder Lufthansa, so bei 9,60 kaufen und 9,90 geben. Aber das sind Verlegenheitsdeals. Und BYD fange ich an zu kaufen jetzt. Weil mir das nach wie vor gefällt. Dann habe ich diese Scheine hier. Das sind die gleichen wie am Mittwoch. Schlup. Hier mal rüber. Ich habe also zwei Calls genommen, die unterhalb von dieser Softlanding Area liegen. Hier mit dem Hebel 20 und 15. Das sind keine kleinen Optionen. Und die Putze habe ich hinter das Alltimei gelegt. Hier so, ich runde leicht, 16.500, 16.800. Die kann man ruhig, die ich alle mal auf die Watchlist legen. Die werden mit Sicherheit hier und da ein bisschen Spaß machen. Also ich habe in dem hier rumgespielt. Das war, glaube ich, am Donnerstag. Und dann ging das auch relativ schnell. Ich glaube, innerhalb von 20 Minuten mal 100 Punkte runter. Da habe ich schon gesagt, okay, das war dann der Deal des Tages. Das war etwas anderes, das ist mir nicht eingefallen. Also ich hoffe, dass wir angesichts der wahrscheinlich doch sehr schweren Woche, also die kann durchaus, vor allen Dingen mit Metaverse, Google, Microsoft und Amazon, das kann in Amerika eine ganze Menge auslösen. Und es wäre schöner, für mich wäre es schöner, wenn wir auf die 15.300 nochmal runtergehen können, um dann vielleicht den Weg nach oben zu machen. Hier dauert mir das einfach zu lange. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.